Hallo zusammen, das ist XXRider am Schlafen. Wir haben 7 Uhr am Morgen und schau mal das Wetter. Unglaublich schön. Das bedeutet, ich muss unbedingt fahren gehen. Wenn wir meine Kollegen anrufen. Yo, wassup, mein Homie? Ja, es wird da durchsehen, können wir fahren? Ja, es wird da durchsehen. Schwissbiker in der Haas. Beautiful. Ich würde das gerne auf einem Schlafen noch auf einem Schlafen. Und dann, wenn ich meine Freunde mache. Ich werde die ersten Dachs. Ich werde und die erste Dachs. Ich werde die ersten Dachs. Ich werde die erste Dachs. Ich werde es jetzt nicht mehr schlafen. Das kann man mir wissen, ist wiedereau anzuschlafen. Das war's für heute. Schau mal, wie schön! Was ein schönes Ort! Führe drängeln wie ein Boss! Genau so! Es sieht aus, als würdest du eine Supermotor starten wollen! Schau mal, wie schön diese View ist! Willst du wissen, wie man eine hardcore geile Drohne auf dem Namen macht? Man nimmt GoPros und... Man nimmt GoPros. Man nimmt GoPros. Man nimmt GoPros. Macht's gut, oder? Danke für die Runde! War geil! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal!